Sie kommen aus Cremona, wo Sie 1972 geboren wurden. Im November 1978, im Alter von sechs Jahren, haben Sie allein auf der Baustelle hinter Ihrem Haus gespielt und wurden von einem oder mehreren Unbekannten entführt. Sie können den Vorgang nicht rekonstruieren und niemand hat etwas gesehen. Von unserer Kellertür führte ein Weg zu der Wiese, wo wir immer gespielt haben. Ich muss dort aufgegriffen und betäubt worden sein. Ergänzte Dante. Columba nickte. Sie wurden elf Jahre lang gefangen gehalten, die meiste Zeit davon in einem Getreidesilo auf einem Bauernhof in der Provinz Cremona. Nicht die meiste Zeit, sondern immer. Das Dorf heißt Aquanegra Cremonese. Ein schöner, archaischer Name. Das stimmt. 1989 konnten Sie Ihrem Peiniger entfliehen, der sich daraufhin umgebracht hat. Er hieß Antonio Bodini und war Landwirt. Bodini war der Eigentümer des Bauernhofs, der tot aufgefunden wurde. Aber er war nicht der Mann, der mich entführt hat. Und vor allem war er nicht der Mann, der mich gefangen gehalten hat. Columba kniff überrascht die Augen zusammen. Komisch, dass ich mich in einem so wichtigen Punkt irren sollte. Sie irren sich nicht. Die Ermittler haben sich geirrt. Ich habe meinem Entführer ins Gesicht gesehen. Er hat keinerlei Ähnlichkeit mit Bodini. Wieso hat man Ihnen nicht geglaubt? Weil alle Indizien auf Bodini hindeuteten. Und dann wurde der auch noch tot aufgefunden. Während ich in einer geistigen Verfassung war, die man als, gelinde gesagt, prekär bezeichnen könnte. Aber Sie waren von der Richtigkeit Ihrer Aussage überzeugt. Ja. Man hat nach Komplizen gesucht, sagte Columba zögerlich. Und niemanden gefunden, ich weiß. Aber fahren Sie fort mit Ihrem Bericht. Ich finde allmählich Gefallen daran. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sie haben sich einen anderen Namen zugelegt, den Mädchennamen Ihrer Mutter. Sie sind ein bisschen herumgereist und haben sich hier und dort Schwierigkeiten eingehandelt. Ihr Vorstrafenregister verzeichnet Prügeleien, Ruhestörung, Handgreiflichkeiten, Körperverletzung und unbefugten Waffenbesitz. Es handelte sich um eine Elektroschock-Pistole. In vielen Ländern ist sie auf dem freien Markt erhältlich. Aber bei uns nicht. In den letzten acht Jahren sind sie dann ruhiger geworden. Es gab keine Anzeigen mehr. Columba sah ihm in die Augen. Reicht das? Dante ließ sich gegen die Stuhllehne sinken. Es beeindruckte ihn, dass Columba nicht auf Notizen zurückgreifen musste. Gutes Gedächtnis, gute Vorbereitung. Sie sind bestens informiert. Aber von der Hand wussten sie nichts. Und der Hand wusste es. Die Stuhl ist gut. Die Stuhl ist gut. Und der Hand wusste es ganz gut. Vielen Dank.